Diese zum Kauf angebotene Doppelhaushälfte wird im Kreis Viersen erbaut. Voraussichtlich 2016 wird dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 269 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 127 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 228.500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020